Da sind wir auch schon wieder hier bei Hyrule City. Willkommen zurück. Wir produzieren ja jetzt mittlerweile unser eigenes Eisen. Zumindest sind die ganzen Gebäude schon dafür gebaut. Nur wir haben ein Problem und zwar, es kommt zu wenig Eisenerz an. Dann, ich bin noch mal überlegen, ob wir nicht noch eine zweite Eisenmine bauen werden. Ich glaube, eine Eisenmine ist zu wenig dafür. Jetzt gucke ich gerade mal bei den Meilensteinen. Ne, leider nicht. Da ist nicht die ausgebaute Eisenmine dabei. Das heißt, das wird noch sehr, sehr lange dauern, bis wir das bekommen. Da ausgebaute Eisenmine. Achso, ne. Eisenmine. Es gibt nur eine einfache Eisenmine. Achso, okay. Dann bauen wir ein zweites dazu. Straßenverbindung. So. Wie ist das denn mit den... Ich möchte das Ganze ein bisschen boosten. Ein bisschen schneller produzieren. Da, wir machen ein Planungsbüro. Das ist natürlich nicht groß, ne. Schade, müssen wir hier mittig bauen. Okay. Machen wir. So ein Planungsbüro kostet uns 200 Euro im Monat. Au, das geht ja noch. Produktivität 15 Prozent. Unterhaltungskosten 10. Okay. 121 Prozent. Wir machen mal hier ein bisschen schneller. Null Prozent. Ah, 138. 138. Okay. Cool. Das lassen wir laufen. Hier wird alles produziert. So. Ja, ich habe noch den Tipp bekommen, in der vorletzten Folge vom Kampf Wolf, dass wir... Warum verkaufen wir kein Bier? Ja, wir können natürlich Bier verkaufen. Wir gucken jetzt erstmal, was wir überhaupt hier noch verkaufen. Wir... Das ist nämlich eine gute Sache. Wir werden Bier verkaufen für 3.661. Machen das so, dass es immer 100 da sind. Hier gehen wir das auch mal ein bisschen höher. So. Hier gehen wir auch mal höher. Wie ist das denn eigentlich mit... Ah, okay. Gut. Bier verkaufen wir. Backwagen. Alles, alles soweit verkaufen wir. Wir haben schon wieder über eine Mille am Laufen. So. Eisen wird gemacht. Und dann haben wir jetzt gesagt, wir wollen noch... Werkzeuge machen, ne. Machen wir auch. Wir... Ach da, okay. So. Werkzeuerschmiede. Werden wir die hier hin bauen? Oder machen wir das hier vorne mit? Ich glaube, das machen wir hier vorne mit. So. Werkzeuerschmiede können. 100 Arbeitsplätze. Aha. Das frisst natürlich viel, viel Eisen, ne. Aber wir belassen das auch erstmal mit einer Werkzeuerschmiede. Ja, wir lassen das erstmal so weiterlaufen. Gut. Was für Pläne haben wir weiter? Wir werden uns hier weiter ausbauen, ganz klar. 35 Forschungspunkte. Und ich würde sagen, hier... Es speichert gerade. Ich werde erstmal dieses Gebiet jetzt vollbauen mit Ingenieuren hier. Ja, natürlich kein Eisen, ne. So, wie sieht das mit Eisenerz aus? Produktion 6, Verbruch 4. Hier liegen wir natürlich da drüber, aber... Ich möchte... Cool wäre natürlich, wenn wir eine Überproduktion haben hätten von Eisen, ne. Machen wir nochmal eine Eisenmine hier hinnehmen. Oder auch 2. Machen wir 2. So. Dann haben wir schon mal Eisenerz. Sollte jetzt... Dann genug kommen. Produktion 10, Verbrauch 4. So, Eisenschmelze. Du kannst ruhig Gas geben. Vielleicht machen wir noch eine zweite Eisenschmelze hier dann auch noch dazu. Das wird sich wahrscheinlich dann auch lohnen. Einfach Eisenschmelze. Und dazu noch ein Planungsbüro. Ich weiß nicht, geht das so? Hier wahrscheinlich nicht. Nein, wir bauen das nochmal hier hin. 100 Prozent. Mal gucken, ob das überhaupt was hier wird. 100 Prozent. Null. 116. Okay. Und hier? Null. Aha. Okay. Ah, jetzt kann es starten. Ist auch nur 100 Prozent, ne. Ist gar nicht in diesem Radius dabei, ne. Schade. Nee. Können wir das denn minimieren? Gebäude verschieben. Wir verschieben das mal um ein. So. Jetzt. Das hat 116 Prozent. Und das hat. Null. Jetzt ist das bestimmt nicht drin, oder? 100 Prozent. Ah. Schade. Müssen wir echt zwei davon bauen? Das gibt es doch gar nicht. Ach, Menno. Ich hätte wahrscheinlich das dazwischen machen sollen, ne. Genau. Das kann ich natürlich auch machen. Ich werde das mal. Geht gar nicht. Warum geht das nicht? Ich kann das gar nicht nach hier verschieben. Oh. Ne. Nein. Ich muss mir das jetzt erstmal hier anschauen, dass da ein Platz zwischen ist. So. Und jetzt das Planungsbüro dazwischen. Dann sollte auch jeder was davon haben, oder? 116 Prozent. Und das auch. Ja. So. Genau so sieht es gut aus. Achso. Und Planungsbüro. Machen wir auch noch hier hin. Bei den Eisenminen. Da. Ja. Verbrauch 1 nur. Mhm. Wir haben nur eine Produktion von 5. Das ist total wenig. Aber gut. Werkzeug Holz. Ja. Mit der Holzproduktion, wenn wir bald Papier oder so herstellen, geht das wahrscheinlich auch wieder runter. Ich werde jetzt hier noch weiterbauen. Und es mangelt immer an Eisen. Es ist schrecklich. Aber gut. Ich glaube, das Ganze muss erstmal ein bisschen anlaufen hier, oder? Hast du, wie ist es Produktion? Ja, es ist nicht... Hm. Hm. Ich weiß nicht. Können wir denn nicht das noch erhöhen hier? Jetzt sehe ich gerade Eisenerzproduktion. Eventuell nochmal eine Eisenschmelze bauen, aber das beobachten wir erstmal. Was kaufen wir denn da noch? Können natürlich Hopfen. Haben wir denn Hopfen? Boah, wir haben so viel Hopfen und Weizen mittlerweile. Weil wir können noch mehr Bier produzieren. Wir machen das mal mit der Bierproduktion ein bisschen höher. Hier haben wir noch eine lokale Spedition. Hier bauen wir jetzt nochmal ein paar Brauereien hin, oder? Äh, nee, falsch. So. Brauerei. Äh, okay. Also ich glaube, ich baue noch zwei Brauereien dazu. Dann muss das auch gut sein hier. Eine lokale Spedition habe ich hier hingebaut. Warum denn das? Kann man die eigentlich auch aufwerten? Nee. Müssen wir dann abreißen, ne? Okay. So. Achso, 16 brauchen wir. Okay. Okay. Weil wir haben nämlich so viel Hopfen und Weizen. Aber Produktion 79, Verbrauch 80. Ah, da geht das runter. Ah, okay. Was für einen riesen Verbrauch wir haben. Aber es liegt natürlich daran, dass wir damit auch backen. Und Bier machen, ne? Mhm. Ja. Aber wir haben natürlich noch, wir können diese drei Getreidefarmen hier noch ein bisschen boosten, indem wir da noch so eine Landmaschinenfabrik bauen. Ja. So, noch eine Brauerei bauen. Oh, Produktion 15, das ist gut. 2,8 Mille. Oh, schön. So viele Millionen haben wir und so wenig Eisen. Okay. Aber cool finde ich halt, dass wir das jetzt nicht mehr kaufen müssen, ne? Und wie sieht das aus mit Eisenerz? Es wird immer mehr, immer mehr. Mhm. Ein Eisenschmelzer. Hm. Wie bauen wir da noch hin? So ein ausgebauter Eisenschmelz hätte ich jetzt gerne. Lassen da mal einen Platz frei. Machen. Hm. Dazwischen noch wieder so ein Planungsbüro. Und jetzt haben wir alles so dicht hier. Wie ist das jetzt mit so einer Gebäudesanierung? Achso, dafür brauchen wir Stahl. Aha. Ne. Achso, das haben wir ja nicht. Stahl produzieren wir noch nicht. Können wir auch noch. Doch, können wir schon. Wir könnten schon Stahl produzieren. Ja. Aber dafür brauchen wir erst mal jetzt schon Stahl produzieren? Ne. Brauchen wir erst mal genug Eisen für, ne? Oder da muss die Eisenproduktion auf jeden Fall sehr, sehr gut sein, dass wir daraus auch noch Stahl produzieren. Okay, wir lassen uns das mal anlaufen. Eisenerzverbrauch 14, Produktion 11. Könnten wir denn, falls wir das gleich benötigen, noch eine Eisenmine. Ja, die könnten wir hier hinbauen. Wir könnten hier noch, ah, hier können wir noch ein paar hinbauen. So. Warum geht das nicht? So. Dann machen wir da noch ein Planungsbüro hin, dass das noch ein bisschen geboostet wird. Wo ist es denn? Ja. Gut. Achso, Kohle, ne? Kohle, mit Kohle sieht aber eigentlich, glaube ich, alles ganz cool aus, ne? Kohle, wo haben wir das? Ah, boah. Kohle haben wir richtig viel. Könnte man schon wieder fast verkaufen, ne? Aber Kohle bringt wahrscheinlich nicht viel Geld ein. Da braucht etwas Wasser, das Planungsbüro. Also Strom und Wasser, da gibt es noch ein bisschen Luft nach oben. 60 Eisen haben wir wieder. Oh, cool. Dann noch ein paar Zonen hinbauen. Oh, das gefällt mir. Ja, die lokale, die städtische Spedition. So, die machen wir mal ein bisschen runter hier. Dass sie nur hier abholt. Bin dann da am überlegen, ob noch eine städtische, weil die halt immer ausgebucht jetzt hier ist, ne? Ja. Die ist 100%. Die könnten wir natürlich entlasten mit einer, mit einer nationale. Ne. Die kostet 1000, die kostet 5000. Ne, machen wir noch mal eine städtische. Das muss reichen hier. Städtische. Machen wir da hin. Sehr schön. Strom? Oh, Strom ist Ende. Schon wieder. Ne, oder? Jetzt ist der Strom schon wieder zu Ende, ja. Ähm, mhm. Hey, hier ist alles Industrie, ne? Hier, hier könnten wir. Hier ist die Luftverschmutzung sowieso voll hoch, oder? Ich halte zwar nicht viel von... Achso, Atomkraftwerk können wir sowieso nicht viel machen. Ein Gaskraftwerk macht 70.000, das macht 70, das macht 45, 3.000, 2.000. Vielleicht machen wir sogar hier so ein... Boah, Kohlekraftwerk. Kohlekraftwerk produziert im Vergleich zu anderen Energiewern deutlich mehr Strom, jedoch lassen sich nur in Nähe von Kohle vorkommen. Achso. Wir könnten diese Dinge quasi nur irgendwo hier aufstellen, okay. Ne, Gas. Ein Gaskraftwerk. Ähm, mhm. Das machen wir mal hier hin. Jetzt haben wir doch ein Gaskraftwerk. Hier können 90 Leute arbeiten, okay. So, wie sieht das aus? Sehr gut. Jetzt haben wir tatsächlich ein Gaskraftwerk. Soll von der Lärmbelästigung ziemlich hoch sein. Luftverschmutzung ist natürlich auch hoch. Mhm. Okay. So, oh, wieder Eisen da. Industrie. Wir brauchen mehr Bürogebäude. Hier sind wir auch noch nicht fertig. Wie viel Arbeitslose? Oh, wir sind schon 26.000. Hm. 9% Arbeitslose. Obdachlose haben wir auch. Sogar welche? Aha. Wir haben sogar Obdachlose. Keine Wohnung mehr da, oder wie? Kleidung geht nach unten, sehe ich. Nö. Sollte gut sein. Das ist auch noch ganz gut. 4,3 Mille. Also mit dem Geld sieht das gut aus. Da machen wir nichts verkehrt. Spielwaren sollten wir auch schon mal herstellen. Okay. Spielwaren herstellen. Wir gucken uns das mal an, wie Spielwaren überhaupt hergestellt werden. Benötigt was? Oh, Eisen und Glas. Aha. Glasherstellung. Also Stahl ist erstmal die erste Sache, die wir produzieren müssen. Sonst kriegen wir diesen Quarzbruch gar nicht gebaut. Wo können wir denn überhaupt Quarz abbauen? Das ist die nächste Frage, ne? Wir gucken mal unter Ressourcen. Wo haben wir das denn überhaupt? Wie sieht das aus? Na, Quarz. Also hier im Umkreis nicht, oder was? Bin ich blind? Wie kriege ich das denn... Achso, hier. Hier ist... Da. 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 Hier ist auch noch... Da ist auch noch Quarz. Da links. Hier könnten wir... Die kommen... Ja, das ist doch ganz cool. Hier können wir so ein paar Dinger hinbauen. Haben wir natürlich unser Weizenfeld mitten drauf gebaut. Aber zur Not können wir das natürlich abreißen und... Ja, noch mehr hier für die Glasproduktion. Dazu bauen. Okay, wir müssen Stahl herstellen. Finde ich ja nicht... Finde ich ja nicht toll, ne? Ich bin froh, dass wir da jetzt Eisen herstellen. Na gut, wir machen das so, dass wir jetzt mindestens ein Stahlwerk bauen. Einfach einen Stahl schmelzen werden. Zwei Eisen mit dem Verbrauch von zwei Kohle zu einem Stahl verschmelzen. Was für einen Energieverbrauch hat das? Noch null. Null. Aha. Auch gut. Okay. Jetzt geht erstmal Eisen runter. Aber es steht da, dass eine Produktion von 17 da ist und ein Verbrauch von 14. Also 2000 Kilowatt. Braucht das Ganze. Okay. 2000 Kubik Wasser. Wie sieht das aus? Hm. Man sieht nichts. Oh, wir haben schon... Wir produzieren schon Stahl. Wie sieht das denn aus, wenn wir Stahl verkaufen möchten? Können wir das überhaupt? Ja, können wir. Für 11.800... Oh. 11.800... 802... Wow. Also mit Stahl könnten wir richtig Geld verdienen. So, wie sieht das aus? Ja, Getreide ist natürlich auf null, ne? Backwaren geht nach oben. Ja, ist das okay, ne? Wir haben zwar jetzt keine Getreide mehr auf Lager, aber es wird alles verbraucht. Von daher ist das mit den Backwaren und den... Und mit dem Bier auch ganz gut. Wir verkaufen ja auch Bier. Jetzt gucken wir uns nochmal die Handelshistorie an. Da verkaufen wir mal Bier. Da verkaufen wir Brot und Möbel. Brot. Hm, hm, hm. Das sieht gut aus. Da haben wir wieder Bier verkauft, Brot und Möbel. Plus von 25.000. Das passt. Das können wir so weiterlaufen lassen. Und haben wir schon Stahl auf Lager? Nö. Produktion 1. Da haben wir nämlich schon 9. Ja. Wir wollen Spielwaren herstellen. Das heißt... Müssen wir das tun? Ich möchte natürlich jetzt... Hm... Ich weiß nicht... Das linke Grundstück, glaube ich, nochmal dazu kaufen hier. Können wir das überhaupt? Ja, das können wir. Wir kaufen erstmal das hier. Oder wir gehen nördlich. Ne, wir gehen... Wir kaufen das für 2,1... Boah. Äh, die Preise werden ja immer krasser hier. Das ist ja übertrieben hier. Ähm... Wie mache ich das dann? Erstmal versuche ich das mit diesen... Erstmal werde ich das versuchen hier zu bauen. Mit dem Glas. Und mit den Spielwaren auch hier. Aber jetzt bin ich immer noch nicht schlau heraus geworden. Woraus werden denn Spielwaren jetzt gemacht? Wo haben wir das? Spielwaren. Da. In der Spielzeugfabrik. Lassen sich Spielzeuge herstellen. Spielzeuge werden als Konsumgüter, ja. Um die Bedürfnisse... Bei der Spielproduktion werden Holz und Eisen benötigt. Aha. Schon wieder Holz und schon wieder Eisen. Okay, gut. Aber... Jetzt gucke ich gerade mal... Was haben die denn noch für... Ne, nur Spielwaren. Okay. Denn irgendwann mal muss ja auch... Druckerei. Genau, Druckerei. Ich weiß nicht, was da... Bücher oder so hergestellt werden. Papier, ja. 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 So, hier können wir noch schnell ein paar Zonen aufstellen. Den nächsten Meilenstein erreichen. Oh, 16.100. Also noch 4.000. So. Natürlich können wir hier auch noch alles vollbauen. Warum denn nicht? Machen wir auch. Herrlich. 17.000. Das nächste Ding haben wir fast. Da kriegen wir wieder 80 Forschungspunkte. Und endlich Zone Manager. Zone Manager. Ich bin gespannt, wie riesig die Gebäude werden. Zone Manager. Und für Zone Manager werde ich mir extra ein neues Grundstück kaufen. Und diesen Zipfel hier werde ich mir kaufen dazu. Und hier möchte ich gerne alles vollbauen mit riesigen, hohen Häusern. Und hier vorne auch. Hier wird auch alles vollgepflastert damit. Oh, das sieht bestimmt ganz cool aus. Und ich bin ja auch ernsthaft am überlegen, ob ich nicht die ganze Industrie, dass wir hier uns aufgebaut haben, das, was wir uns hier alles aufgebaut haben, dass wir nicht alles nach links hier irgendwie verschieben können. Die Holzproduktion müssten wir uns natürlich auch woanders hinholen, ne? Hier hin oder so. Oder da. Ja. Ich hätte ja am liebsten hier so eine riesige Stadt hier. Oder, was auch cool wäre wahrscheinlich, das gucken wir mal. Also dieses Grundstück müssten wir kaufen für 3,7. Okay. Oh, wir haben sogar 3,7 gerade. Und wenn wir die Stadt nach hierhin ausbauen, das untere, alles hier vollbauen, hier oben auch noch ein bisschen. Und dann gehen wir. Hier rüber. Hier rüber können wir auch noch unsere Stadt weiter ausbauen, ne? So oder so ungefähr ist der Plan zumindest. Und wie viel fehlt noch? Noch reichlich. Haben wir denn wieder mittlerweile... Ah, Eisen haben wir auch wieder. Cool. Oh, 25 Tonnen Stahl. Schön. Können wir denn da schon irgendwas mit reißen mit 25 Tonnen Stahl? Nein, ich gucke gerade falsch. Da, Glas. Da, wir brauchen Quarzbruch. Ja. Den könnten wir schon bauen, wenn wir noch ein bisschen Eisen haben. Und wenn wir noch ein bisschen mehr Eisen haben, können wir auch noch diese einfache Glasschmelze bauen. Ja. Was brauchen wir da? Ach, dafür brauchen wir natürlich auch wieder Kohle, ne? 3 Kohle, 8 Quarz zu 2 Glas verschmelzen. Aha. Also, Kohleproduktion, Verbrauch 16, Produktion 7. Oh, da müssen wir nachhelfen. Gut, dass wir da nachgeguckt haben. Da müssen wir noch so ein Kohleding bauen hier. Da. Kohlemine. 90 Prozent? Warum denn nur 90, ja? Kriegen wir nur 90? Ach, hier kriegen wir 100 hin, ne? Dann bauen wir das doch hier hin. Ein Stück Straße dabei. So. Ist das Ding auch an Wasser angeschlossen? Ja. Perfekt. Das heißt, mehr Kohle kommt jetzt. Gut. Liebe Leute. Ich finde, wir waren sehr, sehr produktiv, sehr erfolgreich. Die letzten beiden Folgen finde ich gut. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir jetzt Eisen, Werkzeuge und Stahl sogar produzieren. Und in der nächsten Folge gehen wir wahrscheinlich da dran, dass wir Glas produzieren. Und eventuell, ja, die Spielwaren, ne? Gut. Ja, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Ja, ein Abo da lassen. Falls es noch nicht passiert. Würde mich auch über einen Kommentar freuen. Über Tipps und Tricks bin ich gerne offen, habe ich schon gesagt, ne? Ladt euch gerne auch auf meinen Discord-Server ein. Dort, ja, können wir gerne über dieses Spiel oder auch über andere Spiele quatschen, reden. Wenn ihr mögt natürlich. Und, ja. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn ihr mögt natürlich. Bleibt gesund. Bis dahin. Bye, bye. Bye, bye.